Alte Aufnahmen simulieren Alte verblichene Schwarz-Weiß-Fotos haben einen gewissen Charme, der den modernen True-Color-Digitalaufnahmen komplett fehlt. Zum Glück können Sie mit Photoshop neue Fotos auf Alt trimmen. Der auffälligste Unterschied zwischen modernen und alten Fotos ist die Farbe, deshalb sollten Sie Ihr Bild zunächst in Graustufen konvertieren. Aber doch nicht so. Das ist zwar eine Möglichkeit, wenn es schnell gehen muss, allerdings erhalten Sie auf diese Art kaum schöne Ergebnisse. Vor allem bei sehr farbenfrohen Bildern fehlt hinterher der nötige Kontrast. Also schnell rückgängig machen, am besten mit STRG plus Z. Für eine ordentliche Konvertierung in den Graustufenmodus wählen Sie Bildkorrekturen Schwarz-Weiß oder nutzen die etwas lange Kombination STRG plus SHIFT plus Alt plus B. Dieser Dialog erlaubt es Ihnen zu bestimmen, welche Helligkeit die sechs Grundfarbtöne haben sollen. Wenn Sie zum Beispiel den Regler für Grüntöne nach rechts verschieben, werden die Bäume im Hintergrund heller und setzen sich so etwas vom Tor ab. Ebenso können Sie das leicht bläuliche Tor abdunkeln, indem Sie den Regler für Blau nach links verschieben. Da Sie alle Veränderungen dank der Vorschau-Funktion direkt nachvollziehen können, ist es Ihnen möglich, durch Herumprobieren die passende Auswahl zu treffen. Halten Sie sich dabei jedoch von Extremen fern, diese führen nur zu ausgefressenen bzw. abgesoffenen Bildstellen. Klicken Sie auf OK, sobald Sie mit der angezeigten Vorschau zufrieden sind. Vergleichen wir nun die Ergebnisse. Das manuell bearbeitete Bild ist kontrastreicher, dadurch lassen sich die einzelnen Elemente leichter unterscheiden. So ist die Aufnahme ideal zur Weiterverwendung. Konvertieren Sie über Bild Modus Graustufen erneut in den entsprechenden Modus. Da Ihr Bild bereits zuvor nur aus Grauwerten bestand, verliert es dabei keine Farbwerte. Ihr Bild ist grau, doch alte Fotografien sind braun. Um diese braunen Töne als Zwischenstufen zu erhalten, wählen Sie Bild Modus Duplex. Bestimmen Sie zunächst, wie viele Farben Sie haben möchten. Es bietet sich an, zwei Farben zusätzlich zu weiß zu verwenden. Die Duplex-Funktion dient eigentlich nur für die Druckvorstufe. Sie können hier wählen, mit welchen Farben Ihr Bild gedruckt werden soll, deshalb können Sie nicht wie gewöhnlich Farben aus dem RGB-Bereich wählen, sondern lediglich Farben aus Farbpaletten verschiedener Hersteller. Wenn Sie eine Farbe auswählen, werden die Mitteltöne, also die Grauwerte, mit dieser Farbe ersetzt. Schwarz und Weiß bleiben erhalten. Nutzen Sie am besten einen blassenen Gelbton für die Mitteltöne. Beachten Sie, dass alle Farben aus einer Farbpalette stammen müssen, ansonsten erscheint beim Bestätigen eine Fehlermeldung. Um zu den Farbpaletten zu gelangen, müssen Sie auf die Schaltfläche Farbbibliotheken drücken. Sobald Sie eine Farbpalette gewählt haben, wird automatisch die Farbe herausgesucht, die Ihrer Vorgabe am ähnlichsten ist. Ihr Bild hat nun schon mal die richtige Farbgebung. Allerdings ist die Qualität der Aufnahme dennoch zu gut. Alte Filme hatten eine viel grübere Körnung, das heißt auf alten Fotos ist mehr Rauschen zu erkennen. Eine grobe Körnung können Sie über Filter Rauschfilter mit der Option Rauschen hinzufügen erzeugen. Verschieben Sie den Regler, um die Stärke des Rauschfilters festzulegen. Sie erkennen ja an der Vorschau, welcher Wert passend ist. So sieht eine brandneue alte Fotografie aus. Wenn Sie wünschen, dass der Zahn der Zeit an Ihrer Aufnahme nagt, können Sie noch Kratzer hinzufügen. Erstellen Sie dazu eine neue Ebene und wechseln Sie zur Vordergrundfarbe Weiß. Übrigens, im Duplex-Modus können Sie nur Farben wählen, die auch im Bild vorhanden sind. Schnappen Sie sich den Pinsel und stellen Sie eine minimale Spitze mit dem Hauptdurchmesser von 1 Pixel ein. Nun können Sie mit der Maus Kratzer einzeichnen. Ein Grafiktablett ist dazu nicht nötig, da die Kratzer ohnehin unregelmäßig sein sollen. Sie werden erkennen, dass Kratzer in helleren Bildbereichen kaum sichtbar sind. Dennoch sollten Sie sich nicht nur dunkle Stellen zerkratzen, sondern die gesamte Fläche nutzen. Sobald Sie fertig gekratzt haben, stellen Sie die Ebene auf Ineinander kopieren um. Dadurch verlieren die Linien an Intensität. Um einen genauen Blick auf das Ergebnis zu werfen, zoomen Sie sich am besten ein. Der Sepiaton erfüllt seinen Zweck und die Körnung ist sichtbar. Auch die Kratzer wirken wie ein Bestandteil des Bildes. Somit sind Sie mit der Veralterung Ihrer Aufnahme fertig. Sollten Sie das Bild jedoch als Foto entwickeln wollen, sollten Sie noch einen dünnen weißen Rahmen rundherum ziehen, da dieser am alter Aufnahmen immer anzutreffen war. Wie dies funktioniert, erfahren Sie im Video Turborahmen.